So, der Ralf Rute hat uns also nicht geglaubt, dass Marcel Davies wirklich in seinem Video gesprochen hat. Was sagst du dazu, Marcel? Ja, hallo Ralf Rute. Schön, dass ich mir wieder in deinem Video mitspielen durfte. Jetzt nochmal und ganz persönlich frohe Weihnachten und alles Gute fürs neue Jahr. Bis dahin, mach's gut.